Alter, perfekt, oder? Für Bunker ist es perfekt. Und Gas, und Gas, und Gas, und Gas. Ich schmeiß mir sofort Pennies rein hier. Ich seh so schon nix. Ich squee etwas ängstlich. Bist du gleich ein bisschen getimoutet? Ich hasse Reserve. Da kannst du mit Conta nicht umgehen, ne? Ich muss ins Büro, ne? Alter, ist das Licht schon an? Ja, das sind die fucking Blitz, Alter. Ach du Scheiße. Das sind die fucking blöden Dosts. Das ist das Blitz. die scheiße habe ich ja richtig bock das kurz reservebunker machen und überleben ich muss mich beeilen den habe ich schon mal die AK MNNN und 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 die ist echt gut mit PS die Weste geht auch noch fit jetzt kommt ein Spieler Kommt nicht. Ich glaube, das waren jetzt alle, oder? Wir müssen durchpushen. Wer hat denn hier schon das Licht angemacht? Fuck. Was ist denn hier? Komm her. Hier 36, Biet. Da ist schon einer verschwunden. Meint ihr, ich kann durchpushen? Meint ihr da Exit-Camp jemand? Wenn grün ist, ist auch schon einer direkt an der Bunkertür, meine ich, ne? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Meint ihr, die machen einen auf Exit-Camping? Ne, ne? Ja, ich lasse die alle weg. Ich sehe mich. Shhh. 17. Hydration minus 17. Ja, cool. Hydration minus 19. Ja, noch besser. Vielleicht hat er was zu trinken am Rucksack. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall hier durch. Oh Gott, hab ich mich erschraubt. Oh Gott, hab ich mich erschraubt. Wehe, der erschreckt mich. Wir haben so Puls. Lass mich einfach raus. Lass mich einfach raus. Bitte, 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 bitte. So, kurz Luke noch. Please. If here is an exit Camperoni. Let me go out. And, ähm. That would be great. Good movement. Oh Mamashita. I'm going crazy. Oh Mamashita. Jetzt camp ich einen einfach weg. Alter, das gibt's ja gar nicht. Oder? Erster PMC-Raid. Auf nem Dienstag. Erster Reserve-Raid. In diesem Wipe. Sofort zwei Quests geschafft mit Bunker. Reserve. Reserve. Reserve ist ja für Kinder hier, oder was? Locker weg. Und, lasst es mir los geht. Ja, aber wir sehen uns zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.